Ashtar Is Born ist ein Musikfilm von Bradley Cooper, der am 31. August 2018 im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig seine Weltpremiere feierte und am 3. Oktober 2018 in die deutschen Kinos kam. Die dritte Neuwerfilmung von Ein Stern geht auf 1937, nach 1954 und 1976 ist das Regiedebüt des Schauspielers, der im Film auch die Rolle eines Countrymusikers übernommen hat. In der weiblichen Hauptrolle spielt Lady Gaga eine junge Musikerin, die über Nacht zum Star wird. Bei der Oscarverleihung 2019 war Ashtar Is Born in acht Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film, Lady Gaga als beste Hauptdarstellerin und Bradley Cooper als bester Hauptdarsteller. In der Oscar-Kategorie bester Song erhielt der Songcello die begehrte Trophäe.